Hey Leute, herzlich willkommen zu Dutch Vandalins feuchten Traum, den Tief Simulator. Und ja, ich brauche ein bisschen Kohle. Ein bisschen ist gut. Wir parken einfach erstmal irgendwo. Können wir uns mal angucken, was wir so machen können hier. So, da vorne ist ein Parkplatz. Und dann gucken wir auch vielleicht schon mal. So, geil, eingeparkt wieder. Einfach geil. Also, Skills erstmal. So, dass ich mir das noch nicht geholt habe. Dafür brauche ich Level 6. Okay. Also dann. Da haben wir nix. Da haben wir alles verledigt. Da auch. Da auch. Scheiße. Ähm. Gut, dann gehen wir nochmal nach Hause. So. Lufwärtsgang und nicht schlafen. Nö. Huch. Also ich kann echt super fahren. Hui. Ja, dann muss ich allerdings nur im Level aufsteigen noch. So. So habe ich mir das jetzt gerne im Feuer gewünscht. Ach, egal. Da sieht man mal wieder so Indie-Entwickler. Haben es teilweise besser drauf wie so ein riesiger Konzern. Ähm. Black Bay. Da ist ja nun mal nix. Degraff Barms. Ja, wir könnten ja einfach, ne. Aber... Zack. Birnendekoration stehlen oder zerstören. Das Gemälde Kuss stehlen oder zerstören. Okay. 112 und 113. Ähm. 112. Sicherheitshaus. Wie viel Kohle habe ich denn gerade? 1108. Ja, okay. Hm. Hm. Hintertür hat ein einfaches Schloss. In der Kirche steht eine teure Kaffeemaschine. Ach, und da kann man einfach Sachen drüber verstecken oder was? Routinen der Bewohner. Von 1 Uhr bis 4 Uhr morgens ist niemand so... Oh, das klingt gut. Ich denke, diese versteckten Beute... Ja, komm, machen wir... Das machen wir später. Und ausloggen. Ähm. Da würde ich sagen, wir gehen uns erstmal ein bisschen schlafen. Bis... 22 Uhr. Ja, dann können wir uns... Ein bisschen ausruhen. Haben wir ein bisschen Zeit, uns das Ganze noch anzugucken. Und ein bisschen... Zu überlegen. Was wir denn... Wie wir denn da vorgehen? Greenview Street. 112, 113 Mars, ne? Ah! So. Dann fahren wir mal. 112, 113. Die Musik ist auch geil. Au! Zwischen 1 und 4 Uhr ist niemand zuhause. Okay. Ähm... Zwischen 1 und 4 Uhr ist niemand zuhause. Okay. Ähm... Das klingt ja schon super an. Ähm... Gehen wir noch mal kurz nach Hause. Oh. So, dann ne? Wuhuuu. Wuhuuu. Da habe ich ganz kurz das Gleichgewicht verloren. ok zwischen 1 und 4 uhr ist niemand zu hause das habe ich aber geparkt hinter tür soll ganz gut sein stand da oder was ist dieses holzchen notizen 13 in dekoration ja keine ahnung immer hier nicht zu hause das heißt 112 die watsons eine stelle weiter hinter tür wo die hintertür ist das ist niemand zu hause wird gesagt schon mal hier so ein paar sachen einsacken du bist auch was wert und du ebenfalls gut das spiel leckt so ein bisschen ne ich kann hier nichts wegen graf doch da darf ich das mal ein bisschen runter weil es ist ja normal ne ich hoffe das hat es gebracht wir haben nicht mehr allzu viel zeit gemälde oder was kuss gemälde kommt da so warum habe ich die tür zur uhr macht ja scheiße ja hey bleib bei mir ja hat das hat 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 Oh, so! Oh, so! Oh, so! Oh, so! Er, Mann? So! So, dann schauen wir mal, wie wir das sicher rübertransportiert kriegen. Hallo? Was denn? Scheiße! Nun komm, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Äh, lalala, äh, lalala. Huh, jawoll. Wir haben noch ein bisschen was anderes mitgehen lassen. Okay. Theoretisch könnten wir ja schon los, aber, ähm... Gucken wir mal, was bei den 112 ist. Warte, warte, 113. Eine Betendekoration stehlen oder zerstören? Ja, da stehen wir doch mal. Ich behaupte auch mal, wir haben keinen Mehrwert davon, aber... ... ... ... ... Aufhack! Fahr! 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 ein e? ernsthaft? leck mich doch moin ich kann es doch jetzt bestimmt verkaufen zielichtige gestalt 70 dollar nur dafür der ganze aufwand mein gott alles umsonst hier scheiße ne die watsons ne die bauts ja bahner gut geil ich habe einen schlüssel sorry so ach passt schon ich frage mich kommen wir auch von der hintertür aus rein das wäre jetzt natürlich gut ja skills in pilz ein bisschen muss ich noch was ist das denn? ne gegenstände vor ort begutachten ähh ja warum nicht braucht das hier zwei? 1 g punkt ok machen wir das hier einfach mal ich hoffe vom nachbarn kommen wir auch nicht rüber wenn wir hier rein könnten ne ich habe nichts gemacht ich habe nichts gemacht routine untersuchung hallo immer weiter hallo immer weiter ich verstehe das nicht warum laufen wir immer dahin wo man sich versteckt hat hey kollege ich wohne hier ich glaube das hat ihn verschreckt ich glaube das hat ihn verschreckt ach was solls wenn wir geduckt sind dann kommen wir zuerst hier vorbei ach scheiße ach gut dann ist das jetzt zumindest schon mal ich glaube ich sollte am besten auch warten dass die nicht mehr da sind ne ich bin mal so frei und stimmig hier hin alleine wegen dem kopf ähm 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 hallo ähm 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 phone was? was? nee gar nicht wahr irgendwann tarn dich, es ist ins creed hier haaaa, lauf ah, wo bin ich denn jetzt oh cool, das hat nen kleinen reset gemacht oder was? okay das ist gut zu wissen ich nutze nur ungern Bugs aus aber das war jetzt auch keine Absicht okay all right halloo halloo ah scheiße das ist